Hey yo Leute, herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Top 3 Anime-Serien auf Watchbox. Seid ihr große Highschool-DXD-Fans? Dann habt ihr viel Spaß mit Prison School. Ruhe jetzt, mit Verlau! Könntet ihr euch etwas mehr konzentrieren? Konzentrieren? Worauf denn bitte? Na auf was wohl? Auf Brüste und Höschen eben. Sagt mal, habt ihr denn schon mal mit Mädchen gequatscht? Kein einziges Mal. Ja, ich auch noch nicht. Ich auch nicht. Das heißt, keiner von uns hat irgendwelche Erfahrungen. Bis jetzt war Hashimitsu immer eine reine Mädchenschule, aber seit diesem Jahr sind auch Jungs zugelassen. Angeblich hat die neue Schulleitung diese Regeln eingeführt. Gut, dann mal los. Ich red jetzt mit einem Mädchen. Wollt ihr mal wieder Kind sein? Dann ist Chin-Chan perfekt für Nostalgie-Gefühle. Und ich hab die Nase gestrichen voll, dass die Hoppel-Häschen-Vorschule regelmäßig von allen platt gemacht wird. Deshalb werden wir euch Hoppelhasen mit einem guten alten militärischen Knochenschinder-Programm auf Vordermann bringen. Wer will schwitzen wie ein Schwein? Ich will wie ein Schwein! Don Corleone? Du sollst mich nicht Don Corleone nennen. Ich protestiere. Das ist grausamste Kindesmisshandlung. Wenn Sie wollen, dass wir schwitzen, warum stecken Sie uns dann nicht in eine hocherhitzte Sauna? Dann könnten wir unsere ausgetrockneten kleinen Kehlen anschließend mit einem eiskalten Kakao-Mokka-Frappacino abkühlen. Oh, oh! Habt zu schnell getrunken, Gehirnvereisung! Hä? Hä? Angetreten, Soldaten! Eure erste Mission ist die Bezwingung dieser Brücke! Gans ist die perfekte Serie für die Verrückten unter euch. Ich habe dich aufgefordert, dem Obdachlosen zu helfen. Hätte ich mich nur geweigert. Ah ja. Stell dich bitte vor. Äh, Kato Masaru, ein Zugunglück. Oh Mann, du bemitleidest dich wohl noch selbst. Man soll eben nicht auf andere hören. Deinetwegen stecke ich jetzt bis zum Hals in der Scheiße. Das verzeih ich ihm nie. Und der nächste bitte? Ich bin Guru Suzuki. Ein Politiker. Ich hab ihn schon mal im Fernsehen gesehen. Wahrscheinlich kennt ihr mich alle. Ja. Der nächste bitte. Lasst mich in Ruhe. Ich will nicht über mich reden. Ausnahmen gibt's nicht. Es wurde beschlossen, dass sich jeder vorstellt. Also mach schon. Wie heißt du? Reg dich ab. Hat jemand eine Zigarette? Hey, der sieht ja aus wie eine Frau. Joichi Nishi, zweite Klasse Mittelschule. Tod durch Sturz. Der Typ ist wohl schlecht gelaunt. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man mich so anglotzt. Na los, Bleichgesicht. Schieb meine Kippe rüber. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man mich so anglotzt. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man mich so anglotzt.